Lassen Sie den Notfall, Gefängsstücke in der Kamine zu lösen. Das Kaminpersonal zeigt, dass die ersten Sicherheitskurs geschlossen, festgezogen und auch wieder geöffnet wird. Solange das Ansteigzeichen rechnen, muss der Sicherheitskurs geschlossen sein. Sie sehen Ihnen, während des gesamten Fluges nach Graslo, den Sicherheitskurs geschlossen zu halten. Sie finden sich auf unerwartet Ausdrehender Turbulenzen. Sollte die Luftzufuhr in der Kamine an der Brombezeit einen Sauerstoffmasken auf dem Bach über Ihrem Sitz. Sehen Sie die Maske zu sich heran, um die Sauerstoffzufuhr zu aktivieren. Das Kaminpersonal zeigt, wie Sie die Maske befestigen. Wichtig ist natürlich dabei, dass Sie Ihre eigene Maske zuerst befestigen, bevor Sie anderen mit Menschen helfen. Sollten wir auf Wasser landen, finden Sie die Schutzkiste unter Ihrem Sitz. Entfernen Sie zuerst die Schutzhülle und ziehen Sie dann die Maske über Ihren Kopf. Das kann man im Hintergrund demonstrieren soeben, wie Sie die Schwimmgrenze anlegen. Wir führen auch den Schlüssel für Kinder mit an Bord. Für die Starnphase sollte er sicherheitskurs geschlossen sein, wir dürfen Sie auch wenig den Tisch verstaut zu lassen, die Arme inzwischen im Sitz nach unten zusammen und die Feste am Ende werden in der Starnphase auch vollständig geöffnet zusammen. Sie finden weitere Informationen zur Sicherheit auf der Sicherheitsrate und zum anderen aber auch von unserem Weißemagazin, den Fremdler in der Sitzstasche vorbricht. Wir bedanken uns im Namen von EasyJet Europe Airline, dass Sie heute EasyJet gewählt haben und wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020